Und in München begrüße ich den bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder. Guten Abend, Herr Söder. Guten Abend, grüß Gott. CSU-Vorsitzender Markus Söder, wie klingt das für Sie? Ministerpräsident, klingt eindeutig besser, denn wir haben heute die Koalitionsverhandlungen abgeschlossen mit einem stabilen Ergebnis. Ich hatte ja Stabilität den Wählern versprochen, das können wir jetzt, glaube ich, gut einhalten. Und ich hoffe sehr, dass wir jetzt am Dienstag im Bayerischen Landtag auch eine entsprechende Wahl haben. Also eines steht fest, in einer Rekordzeit von zwei Wochen haben wir eine gute, eine stabile und verlässliche neue Koalition gebildet. Das wollten Sie unbedingt diszipliniert über die Bühne bringen, das ist Ihnen gelungen. Aber dann geht der Blick ja jetzt weiter. Und die Frage, würden Sie das denn machen, CSU-Chef? Nun, das steht jetzt überhaupt nicht zur Diskussion. Wir haben im Moment einen klaren Regierungsauftrag bekommen, den gilt es jetzt zu erfüllen. Und ich halte nichts davon, Dinge falsch miteinander zu kombinieren. Jetzt geht es um das Land erst einmal in Bayern, das voranzubringen. Den Auftrag haben wir jetzt zum ersten Schritt erfüllt, heute auch mit einem einstimmigen Votum bei uns in der CSU. Auch bei den Freien Wählern ein klares Signal. Eine bürgerliche Koalition, die übrigens in Deutschland als Bayern-Koalition nahezu einmalig ist. Eine rein bürgerliche Koalition. Wir hatten uns ja bewusst entschieden, nicht mit den Grünen zusammenzugehen, was auch gut ist, weil wir klare Signale beispielsweise in die Internet-Sicherheit senden können und trotzdem uns ökologisch erneuern. Also das hat jetzt eindeutig Vorrang und alle anderen Dinge werden in der CSU dann besprochen. Aber so richtig nach Erneuerung ist es für Sie jetzt auch nicht, sieht es nicht aus. Weil mit den Grünen, da hätten Sie noch mehr sich bewegen müssen, mit den Freien Wählern kommen Sie ja eigentlich ganz gut zurecht, im Großen und Ganzen. Ja, beides. Wir haben ja einen klaren Auftrag. Wenn Sie anschauen, sind die 37 Prozent, die wir bekommen haben, für uns natürlich unsere Ansprüche viel zu wenig. Wenn Sie es aber mal mit Hessen vergleichen oder nahezu jeder anderen Partei in Deutschland, dann ist es schon ein deutliches Signal für einen Regierungsauftrag und große Unterstützung vieler Bürgerinnen und Bürger. Aber in der Tat, wir sagen nicht einfach, das war's, sondern wir greifen schon die Sorgen auf. Wir werden uns ökologisch deutlich verstärken. Man kann auch grün werden, ohne die Grünen zu brauchen. Indem man nämlich beispielsweise bei uns beim Alpenplan, bei Flächenverbrauch, bei Klimaschutzgesetz Vorreiterrollen in Deutschland einnehmen kann. Und zwar anders, als die Grünen es wollen, mit Verboten, sondern mit Angeboten und mit Ideen. Und trotzdem ist die Frage nach einer personellen Erneuerung auch da bei der CSU. Nochmal die Frage, würden Sie es denn machen, zumindest nicht mehr ausschließen, Ministerpräsident und Parteivorsitz? Also für mich ist ganz klar, diese Frage steht am heutigen Tag nicht zur Diskussion. Ich habe immer gesagt, mir ist wichtig, Ministerpräsident in Bayern zu sein. Alles andere muss auch die Partei entscheiden. Und vor allen Dingen Horst Seehofer, er ist unser Parteivorsitzender. Er hat gesagt, wir haben einen klaren Zeitplan. Erst die Wahl des Ministerpräsidenten. Dann, was für uns ganz wichtig ist, dass Manfred Weber Spitzenkandidat für Europa werden kann. Was übrigens eine Riesenmöglichkeit ist für Bayern, auch für die CSU und auch für Deutschland. Ich unterstütze ihn da sehr. Und dann wollen wir CSU intern reden, wie es weitergeht. Also eins nach dem anderen. Bei Ihrer Schwesterpartei haben die dramatischen Wahlverluste der vergangenen Wochen dazu geführt, dass es da jetzt eine Personalveränderung gibt. Und bei Ihnen geht das einfach so weiter, sagen Sie? Da gibt es keinen Wechsel? Wir werden sehen, wie es weitergeht. Für Bayern haben wir heute jedenfalls ein wichtiges weiteres Kapitel vorangebracht. Und ich denke, das wird Bayern auch gut tun. Schauen wir nochmal auf die Schwesterpartei bei der CDU. Da gibt es ja einen Positionswechsel an der Spitze. Wer wäre Ihnen denn am liebsten als neuer Chef bei der CDU? Nun, das muss die CDU schon selbst wissen. Ich finde, anders als wir die vergangenen Wochen es hatten, als der eine oder andere aus der CDU Ratschläge an die CSU gegeben hat, denke ich, sollte man auch da ein neues Kapitel aufschlagen. Es ist jetzt wichtig, dass CDU und CSU sich wieder mehr gemeinsam auf einen Auftrag besinnen, die bürgerliche Mitte abzudecken. Welche Person dann am Ende den Vorsitz übernimmt bei der CDU, das entscheiden die Delegierten. Und jetzt sind wir aus Bayern heraus. Das sind alles veritable Kandidaten, die ich alle kenne, die ich alle schätze und die wir auch alle kennen und schätzen. Also da ist jeder geeignet, eine solche Aufgabe zu übernehmen. Am Ende entscheidet es aber die CDU. Und wir werden in jedem Fall, egal wer, es wird gut mit ihm zusammenarbeiten oder mit ihr. Und wir werden in jedem Fall, egal wer, es wird gut mit ihm zusammenarbeiten oder mit ihm zusammenarbeiten.